Kurze Event einschalten wieder. Ja, jetzt habe ich kein Live-Event. Das ist immer so geil. Ah, jetzt Abdaction. So. Sehr gut, dann sehe ich dich wieder, weil ich habe vorhin mal deaktiviert, weil ich dachte, das sieht nicht danach aus, dass du noch da wärst. So. Jetzt kann ich auch schauen, ob ich den doch nach unten verlege. Ja, wir haben jetzt mit dem Laser das Kraftwerk zerstört und jetzt gehen wir natürlich dahin, wo vorhin die Barriere war. Wir kommen jetzt durch. Und dann sehen wir, wo wir landen. Ich bin mir gar nicht sicher, wo wir dann rauskommen. Ähm, zwar hier entlang. Weil unten geht es definitiv nicht weiter, weil da fehlt uns ja, äh, ja, du hast recht. Habt jetzt noch was von Google? Das könnte gut durchaus sein, da hast du recht. Ähm, hoppla, so. Ich muss kurz den Kopf für das Muten auf der anderen Seite, oder die Übertragung. So. Jetzt können wir hier durch, weil die Portale weg ist. Wollen wir schauen, wo wir jetzt landen. Wir landen vor der Mauer. Geil. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Bei ganz vielen Brücken. Über die Brücken musst du gehen. Ja, aber bei Google übersetzt teilweise besser. Also, ich habe, ich übersetze sehr viele Texte via Google und ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass die... Warte, schon wieder? Port? Wieder auf einem Port, nächsten. Okay, schauen wir, wo wir jetzt hinkommen. Wir sind jetzt mit dem Raumschiff von der Laserbahn. Wir sind jetzt auf der anderen Seite. Da bei... Sorry. Nee, warte jetzt mal. Wieso warten? Wir sind ja nicht am selben Ort. Hä? Wieso warten? Wir sind ja nicht am selben Ort. Achso. Achso. Oh nee, oder? Ich suche mal dieselbe Zahl, wie es schon mal funktioniert hat. Ähm. Das hat nicht funktioniert. So war es so viel dazu. Ich probiere es hier trotzdem mal. Wie soll ich denn jetzt die Kombination hier wissen oder hier entdecken? Uns fehlt die Kombination. Ah, da! Oh, diese... ...desperate Situation hier... ...if du es couldst, bitte... ...hurry... ...I appreciate... Boah, aber der eine war ziemlich versteckt, ey. Warte mal. Kann ich das immer noch nachvollziehen noch mal. Der eine war gerade irgendwie ziemlich so. Den muss ich jetzt trennen. Den muss ich jetzt trennen. Trennen. So. Der war so, oder? Der geht ja nicht so. Boah, das ging viel zu schnell. Ja, der Dach und Björn, genau. Boah, wie... ...komm, kannst du noch wiederholen noch mal? Ja, wahrscheinlich muss man beide zuerst falsch eingeben, damit er wiederholt, ne? Also ich habe das Gefühl, es war so... Warte mal. Mein Gott. Trenn doch mal. Hallo? Wieso kann ich den nicht trennen, jetzt? Der geht weg die ganze Zeit. Hallo? Bin ich doof, oder was? Ah, jetzt bist du weggegangen, okay? Ja, wahrscheinlich funktioniert es plötzlich. Aber sie gehen nicht weg, sie bleiben, auch wenn sie falsch sind. So, wiederhol noch mal einen Text, bitte. Er wiederholt nicht. Die waren, die Zeichen waren da zu sehen, ich habe sie genau gesehen. Aber ich habe mich über das eine erinnern können. Wobei das eine... Das wäre irgendwie so gewesen. Jetzt bin ich verstrickt. So. 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 Das war nicht. Normalerweise muss man sie einfach normal nachfahren, dann geht sie weg. Oh, das war jetzt schlecht. Das war jetzt schlecht. Das war jetzt weniger gut. Wieso ich das hier einfach nicht ziehen kann. Oh, das war seitens im Verkehr gewesen. Ich muss das sogar spielen. Kannst du jetzt zurücknehmen? Kannst du jetzt zurücknehmen? Aber warte, muss ich in die Mitte klicken nur? Kann das sein? Nö. Nö. Mach das mal die Seite. Vielleicht ist das ja richtig. So. Jetzt hat sie sich trennt wieder. Boah, zurzeit ist das echte... So, sie ist wirklich trennen wieder. Okay, das geht sogar. Man muss auch schon ein bisschen klicken, wie es funktioniert. Ah, aber die Dinger bleiben nur halb, wenn ich das richtig sehe. Wenn einmal das Blaue da war, dann bleibt die Brücke. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht eigentlich. Mit dir können wir wieder aufbauen. Kann ich jetzt laufen? Sehr gut, es fehlt noch ein einziges Stück noch. Ein einziges Stück fehlt noch. Wir kommen langsam dem Ding näher. Ja, super, wir kommen rüber. Okay, eine Seite haben wir geknackt. Mal schauen, wo wir jetzt hier landen. Was für ein Licht? Oh, weißt du was? Ja, ich weiß, wo wir landen. Wir sind jetzt auf der anderen Seite, ja. Wir haben genau die falsche Seite geknackt. Weil hier kamen wir vorhin nicht rüber. Aber gut, jetzt wissen wir wenigstens, dass wir ein bisschen testen und so, wie wir da rüber kommen. Okay, das ist die wichtige Seite. Sieht ihr, die kennen wir noch nicht. Ich werde jetzt mal aufsuchen, mal etwa leicht zu fahren. Wie drüben. So. Ja, eins haben wir wieder. Dann. Ich sehe keinen Sinn, was ich hier mache. Ich drücke auch mal und hoffe, dass es klappt. Was? Was? Da ist jetzt nichts passiert. Huch! Das war nicht gut. Okay, jetzt war auch noch einer. Können wir noch was verbinden? Nein, das war es nicht. Warte mal, der muss sein. Oh nein, wieso geht es jetzt nicht mehr? Waaat? Weil sie sich alle hier verbinden in der Mitte. Ich bin immer alle in der Mitte. Wobei, das war nicht anders bei der Vorschau. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, mit dem herdrücken funktioniert immer. Nein! Nein! Okay, warte mal. Das war schon recht. Das ist gar nicht. Der Anfang fehlt jetzt noch. Äh. Machen wir so mal. Ja! Ja! Super! Super! Wir haben es geschafft. Hahaha! Wir sind gut. Wir sind sehr gut. Ähm. Okay. Was? Gleich zwei. Ich muss mich verarschen. Ja. Welche nehmen wir jetzt? Rechts oder links? Oh mein Gott. Äh. Nehmen wir die erstbeste mal. Mal schauen, wo wir jetzt hier landen. Mal schauen, wie lange ich diesmal läd. Wie gesagt, vorhin waren die Ladezeit immer sehr gering. Und jetzt sind wir wo? Auf dem Schrottplatz. Was wurde jetzt dahin geportet? Irgendwelche Pakete. Da war irgendwas ist hier gewesen in der Mitte. Eine Kiste. Okay. Äh. Ich geh jetzt nicht. Ich port mich jetzt nicht zurück. Ich geh jetzt wieder dahin. Weil aus ebenem Grund muss man ja die Wechsel machen. Und weil ich jeweils gleich hier drüben wieder zurück kann, machen wir das jetzt. Ja, guten Nachnach Chris Berge. Ähm. Moment jetzt mal. Habe ich jetzt mich vertan? Oh ne, ist ja gar nicht der Ort. Ah, verdammt. Ich muss ja rüber, das wäre es. Falscher Ort. Jetzt ist es das erste Mal. Ah, hier, abknopf. Okay, wollte schon sagen. Die ganze Zeit, ich habe immer davon geredet. Ich muss immer wieder das Ding wieder hochfahren. Damit ich dann mit dem wieder weiter kann. Und jetzt doch komme ich nicht mehr weiter. Und jetzt habe ich es doch geschafft. Also, wie gesagt, ich dachte eigentlich, immer wenn ich unten bin und das Ding mich da hochfahren lasse, komme ich hier einmal nicht mehr runter. Ja, jetzt habe ich noch ganz verpeilt, dass es auf der Rückseite der Knopf war. So, wir müssen wieder da hinten. Dahin. Damit wir da oben auf den Berg kommen, weil das war der falsche Ort. Ich bin also schon oft gelaufen jetzt, dass ich natürlich auswendig schon weiß. Werde nicht wundern. Gerade im Livestream hier. So. Hier habe ich das erste Mal Bekanntschaft gemacht mit diesen Schauflächen. Da gab es damals auch so einen kleinen Hinweis, so, was so alles möglich wäre. Das bedeutet, aus den abschließenden Zahlen, die man deutet, aber wie gesagt, wir wussten jetzt ja nicht die Zahl. Wir wussten, haben nur ein Bild gesehen. Ja, und das war ja nur am Ende kurz zu sehen. Und da war die Nachricht weg. Also, mit dem her, doof. So, jetzt ist es wieder hoch. Hier wieder durch das Portal. Dann hier wieder durch die Mine durch. Man läuft sehr viel im Spiel. So, und dann haben wir hier den Teleporter wieder ins Grüne Reich. Genau. Den wir auch gleich wieder aktivieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter mit einem Abo. Ich verpasse hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.